1953 Gürses, Baugewerbe mit Familientradition Es beginnt im Jahr 1953. Am Mittelmeer liegt die charmante Stadt Alanya. Die Gürses-Familie begleitet die Entwicklung des Tourismus und des Auslandsmarktes in Übersee seit 2005. Mit der Nachfrage und der Intensivierung des Erwerbs von Immobilien in der Türkei begann die Familie Gürses, qualifizierte Wohnungen zu produzieren. Heute ist Jekta Homes, eine Niederlassung der Gürses-Gruppe, die in 15 verschiedenen Branchen mit mehr als 2000 Mitarbeitern tätig ist, eine der größten Baufirmen mit einem beträchtlichen Marktanteil und 300 Mitarbeitern und lässt sie ihre Träume von Eigentum an der herrlichen Mittelmeerküste wahr werden. Sie ist in der Türkei seit 2005 präsent. Die skandinavischen Länder, der russische Block, die baltischen Staaten und Jekta Homes sind in Europa aktiv. Viele verschiedene Projekte wurden gebaut und tausende von Familien erwarben in Alanya Eigentum. Wir, die Bauherren, sind auch nach dem Kauf weiter für sie da, mit unseren Jekta Homes Mitarbeitern, die ihre Arbeit mit großer Liebe tun und Wohnungen anbieten, die modern auf die Zukunft ausgerichtet sind. Komfortable Wohnungen von Jekta Homes, die über die technischen Standards des Mittelmeers hinausgehen, sind die beliebtesten Wohnräume. Jekta Homes behält seine Führungsrolle und Zuverlässigkeit im Pre-Sales- und After-Sales-Service mit einem professionellen, freundlichen Team bei, das zufriedene Kunden aus der ganzen Welt hat. Jekta Homes ist derzeit weiterhin der größte Wohnungsproduzent in der Region mit vier verschiedenen im Bau befindlichen neuen Projekten. Jekta Homes erhöht nicht nur die Qualität der von Jekta Homes durchgeführten Wohnprojekte, sondern auch die des Umfeldes, in dem die Projekte gebaut werden. Volleyball-Turniere, Naturwanderungen und andere Aktivitäten, die jede Woche kostenlos für alle Kunden angeboten werden, werden organisiert und bieten einen Service, der aus dem Rahmen fällt. Jekta Homes lädt sie ein, einen unendlichen Urlaub in ihrem eigenen Zuhause zu verbringen und ein neues Leben zu beginnen, in dem Luxus und Komfort zusammenkommen. Jekta Homes limitiert und제를